So, kriegen wir vielleicht wenigstens mal andere Objectives als so Bomben, das dachte ich mir so, weißt du? Ja, das hat super funktioniert. Ja, ich weiß, ich bin schon völlig begeistert. Was spiele ich? Das stimmt mit dir nicht. Wollte ich auch grad fragen. Dann spielst du irgendwo. Da ist das, da ist sie nicht, da muss irgendwas durchgebrannt sein. Ist gerade auch. Ich hätte sogar kurz überlegt, wie man Goyo spielen soll. Er kommt nicht damit klar, dass er meine Stimme jetzt hört. Ja, ist fertig. Er hat jetzt 24 Stunden am Stück Videos geguckt und jetzt muss er ECO spielen. Nein! Er will eben nicht. Und jetzt findet er ganz toll und jetzt muss er ECO spielen. Ja. Protect the Bombs. Das ist jetzt nicht so voll. Das ist jetzt nicht so voll. Das ist jetzt nicht so voll. Ambush set. Stay clear. Machen wir die Luken hier dicht. Kommt hier grad, die hab ich dumme Ideen kommen. Stimmt! Alle ECO bewegt die bloß noch schneller ey! Ich könnte ja schon fast ne Schnecke überholen, wenn ich so weiter renne. Wau, 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 wau. Geht schon los. Irgendwo kommt direkt Ash. Wir sind zwei. Raider, wir haben in Kontakt. Sehr gut. Ja, es sind beide weg gewesen, die hier waren. Der Diffuser liegt hier. Direkt nach der Tür. Da ist 9er. IQ hat hier den Diffuser jetzt. Hallo, wir sind. Sehr schön. Ah, der kommt von unten, die Sau. Alter, ich bin voll überbrater von dem, was ich höre. Ich weiß nicht, was ich mache. Hier unten ist Thermite. Am. Sehr gut. Hier ist noch einer. Ja. Und der bist du, der dann gestampelt. Ja. Sehr schön. Super. Das macht alle fällig immer. Ja, das macht alle fällig immer. Yes. Aber ich bin trotzdem überfordert. Das Feld sieht alles anders. Ja, natürlich. Aber hast du jetzt das Gefühl, du kannst ein bisschen besser hören? Besser orten? Äh, weiß ich nicht. Es ist totale Reizüberfluchtung, um ehrlich zu sein. Also prinzipiell besser ja, aber ich kann noch nicht damit umgehen. Und nochmal den gleichen Punkt. Also ich höre jetzt ganz andere Sachen irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Naja, das ist halt so. Da wirst du dich dran gewöhnen. Es wird auch besser dadurch. Weil du viel besser irgendwann sagen kannst, was kommt von hinten, was kommt von vorne, was kommt von der Seite. Als auch besser oben und unten kannst du hören, als einfach nur mit so einem Stereo-Headset. Hm. Hm. Secure the area, keep the bombs protected. Deploying Explosive Ordinance. Needle set. Bomb location compromised quite accordingly. Allerryfoot. Holding start to Restore Unit. Best Land look. Okay, thanks, pump осв Condition. Ready? Daha Transportation. sehr gut ja sehr gut denn ich habe kein fall hat er ausgelöst ja ja ich habe das war scheiße das schild nicht springen ich gehe weg hier ich versuche ja zu gehen vorsichtig rüber ich glaube der noch da ist höre mich ja jetzt die ganze zeit kommt nicht zu euch okay wir haben die ganze zeit nicht gehört so macht es spaß ja definitiv wenn der voll war einfach nur fünf minuten ruhig ist nicht immer so viel redet ja halt betrunken ein arschloch da sagte mal so rasch zu machen mit schnauze meint was Pfff. Needs to use your drone to locate a bomb. Hmm. I think he is the CEO. Yes. 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 10 seconds. F*** you. They are watching. In five seconds. Let's go to the mall. Oh, warte mal. Hier ist aber echt scheiße. Papyro ist frei. Das höre ich gerne. Rein da. Das ist auf andern Seite. Schon Dreck. Jetzt ist nicht mehr frei. Jetzt läuft hier einer auf den Flur rum. Ah, läuft wieder weg. War nur Kapkan, der hat hier noch was angebracht. Ist immer noch frei? Wahnsinnig. Okay. Ist das auf die Harte, oder was? Beides aufgemacht. Ist halt blöd. Ist eins zulassen sollen. Sorry. Marco, wirst du schon gefließt Bad, ne? Äh, Küche, oder? Ja. Alles war frei. Bis jetzt. Ich füße in A. Und? Mach mal. Jawoll. Wurde auch nicht. Ja, der hat die weggeschossen. Mach. Oh, das ist ein hinterm Tisch. Fühst nochmal rein, wenn du kannst. Ja. Hinterm Tisch, Mark. Fressfire, coming in! Oh, scheiße. Muss man hier weg? Shit. Scheiße. Wann da beim draußen rum? Stopp. Dock aufm Ping. Die Drohne ist schon weg, oder? Ich blende hier einfach mal. Im Treppenhaus kommt Allebei. Und Dock ist im Bad. Kommt jetzt raus. Allebei immer im Treppenhaus. Dock geht wieder ins Bad. Allebei kommt rein. An der Theke, hinter der Theke. Dock auf Ping, kommt. Habt ihr gesehen? Da war einer nicht drin. Geh euch vor, Penny. Die anderen müssen jetzt, äh... Der ist drin. Ich dachte, hier sicher der Fuse. Der Fuse. Und die Fuse. Sehr richtig. Genau. Da, Achtung. Die links. Ja, das haben wir sehr schön. So schön. Ich sollte immer hier spielen. Ja, du wirst wahrscheinlich jetzt besser gehört, ob es von links was kommt. Äh, ich... Nachdem wir alle links gestehen. Äh, ja, genau. Wollte das sagen. Wollte das sagen. Keine Ahnung. Wenn die eine höhere Abtastrate hat, bist du schneller. Du bist, äh... Es könnte sein, dass es vielleicht auch eine... Rocket ist gesagt? Ja. Ja. Ich goggle mal eben. Ey, Daniel, du hast weitergelegt. Treffer! Ich Okay.